Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Nach einer gefühlten Ewigkeit wollen wir uns heute endlich mal wieder ein Smartphone von Asus anschauen, das nichts mit der ROG Reihe zu tun hat. Gerade eben wurde nämlich das Asus Zenfone 8 vorgestellt und für mich ist es tatsächlich eins der interessantesten Smartphones der letzten Wochen. Wieso fragt ihr euch jetzt vielleicht nun einerseits, bis ich die Hardware wirklich sehen lassen kann. Es hat unter anderem einen Snapdragon 888 UFS 3.1 speichernden 4000 mAh starken Akku, ein 120 Hz OLED Display oder auch eine IP68 Zertifizierung. Das Besondere ist aber tatsächlich der Formfaktor, denn es ist eins der ganz ganz wenigen High-End Smartphones mit Android, das tatsächlich handlich ist und heutzutage ist das ja schon fast ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich bin echt gespannt, ihr seht es ja, ich habe schon eins hier. Wir wollen es heute jetzt erstmal zusammen auspacken und schauen wie mein erster Eindruck ausfällt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Die Verpackung sieht relativ unspektakulär aus, grau, simpel, die 8 hier vorne drauf, weil wie gesagt, es ist ja das Zenfone 8, das steht hier auch nochmal auf der Seite und auf der Rückseite dann nur nochmal Seriennummer, E-Mail und so weiter. Ich denke, bei der Retail-Version sollt ihr dann auch draufstellen, welche Version es ist. Es gibt hier nämlich viele verschiedene, naja, ich würde mal sagen Ausstattungsvarianten. Einerseits mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher, da liegt die UVP bei 669 Euro, soll es allerdings dann zum Early-Bird-Preis, ich denke mal für die Vorbesteller oder die, die es halt schnell kaufen, für 599 Euro geben. Für 60 Euro mehr bekommt ihr 256 GB und für 799 Euro UVP gibt es 256 GB Speicher und 16 GB RAM. In meinem Specsheet habe ich gesehen, dass es wohl auch eine Version mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher gibt. Ob, wie und wann die zu uns kommt, weiß ich aber nicht. So, jetzt widmen wir uns dem Lieferumfang. Generell die UVP finde ich sehr attraktiv im Vergleich zu anderen Flaggschiff-Smartphones. Einmal hier natürlich das Asus-Logo, dann eine kleine Anleitung, ein Quick-Start-Guide und hier haben wir dann tatsächlich auch noch ein Case drin, das ich hier jetzt mal irgendwie rausbekommen muss. Ja, da kann man das Ganze hier oben aufmachen. Ja, zerstöre ich einfach mal schön die ganze Verpackung. Oh, das ist aber, bin ich jetzt positiv überrascht, das ist nicht dieses normale Clear-Cover, das man normalerweise mit dazu bekommt, sondern tatsächlich so. Ihr seht es ja matt gehalten, einiger, also leicht flexibel mit so einer leicht angerauten Rückseite. Sieht auf jeden Fall brauchbar aus. Also ich glaube, das kann man gut verwenden. Kommen wir zum Smartphone an sich. Das ist hier so reingelegt mit einem Tab zum rausziehen. Das schauen wir uns gleich natürlich noch ausführlich an. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Speicherversion ich hier habe, weil wie gesagt, außen ist nichts draufgestanden. Ich gehe aber mal von der Version mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher aus. So, wir werfen einen Blick auf den restlichen Lieferumfang. Da hätten wir zum einen ein USB-C auf USB-C Kabel. Macht auch einen ganz guten Eindruck. Asus ist ja schon lange im Game, auch was die Smartphones angeht. Das vergessen immer viele. Und hier dann unser USB-C Netzteil. Und jetzt lasst mich mal auf den Output schauen. Es sollten 30 Watt sein, so ist es auch. Dafür ist es ziemlich groß und schwer. Also ich habe schon 65 Watt Netzteile gesehen, die auch nicht irgendwie großartig mehr Angewicht oder Abmessungen auf die Waage gebracht haben. Aber nichtsdestotrotz, 30 Watt, das finde ich geht absolut in Ordnung. Man muss ja bedenken, relativ günstige UVP für so ein Flaggschiff-Smartphone. Und 2021 ist es ja eh der Trend, die Netzteile komplett wegzulassen bei den Flaggschiffen. Vor allem die Fast-Charging-Netzteile. Insofern glaube ich, kann man damit gut leben. Ist ja auch nur ein 4000 mAh starker Akku. Da sollten 30 Watt ausreichen. Soviel zum Lieferumfang. Wir halten fest, das Case gefällt auf jeden Fall. Fast-Charging-Netzteile ist mit dabei und ein USB-C-Kabel. Jetzt schauen wir uns das Smartphone an sich natürlich etwas genauer an. Das ist also das Asus Zenfone 8 hier noch in Folie. Aus der können wir es aber, ihr seht es schon, ganz einfach rausleiten lassen. Das wäre mir jetzt eben fast hier rausgefallen. Und dann haben wir das Smartphone in seiner ganzen Pracht vor uns. Display-Schutzfolie kann ich jetzt keine erkennen. Aber wie gesagt, könnte bei der Retail-Version anders sein. Das Interessante sind hier definitiv die Abmessungen. 148 x 69 mm. 8,9 mm ist es dünn oder dick. Das kann ja jeder sehen, wie er möchte. Und wiegt 169 Gramm. Weil man sich darunter immer nicht so viel vorstellen kann, gebe ich euch hier jetzt den Größenvergleich zu meinem geliebten Pixel 5. Da schwärme ich ja immer wieder vom Formfaktor. Und da seht ihr jetzt auch ganz gut. Ich finde, die beiden kann man gut miteinander vergleichen. Das Zenfone ist etwas höher, weil die Display-Ränder so gefühlt etwas dicker sein sollten. Dafür ist es auch nicht ganz so breit wie das Pixel. Und das ist ja auch immer ziemlich wichtig, was so eine Einhand-Bedienung angeht. Nichtsdestotrotz habt ihr da, glaube ich, bei beiden keine Probleme. Also ihr seht, es ist ja wirklich ein sehr handliches Smartphone. Das Gewicht 169 Gramm. Ich glaube, Asus spricht von einem Leichtgewicht. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also noch vor ein paar Jahren war das ja ein ganz normales, oder eigentlich noch vor ein, zwei, drei Jahren so ganz normaler Wert. Aber nichtsdestotrotz auch 169 Gramm, gerade bei den Flaggschiffen, für heutige Verhältnisse natürlich doch niedrig. Was ich damit sagen will, es ist schön handlich. Und das Gewicht passt auf jeden Fall gut. Ich mag den Formfaktor jetzt schon. Wir haben hier ein 5,9 Zoll großes AMOLED-Display. Das ist mit 2400 x 1080 auf. Und unterstützt, wie im Intro schon erwähnt, eine Bildwiederholrate von maximal 120 Hz. Panel sollen meines Wissens von Samsung kommen. Und die Displayränder, ich finde, es geht in Ordnung. Also gerade, wenn man das mit älteren Asus-Smartphones vergleicht, finde ich absolut zufriedenstellend. Wir haben hier ja auch Stereo-Lautsprecher. Das Kinn könnte etwas kleiner sein, aber man will hier ja jetzt nicht zu viel meckern. Es ist auch ein Punch-Roll mit dabei. Links, da ist die Frontkamera drin. Zu der habe ich aber noch keine Infos. Also wie die jetzt auflöst, was die für eine Blendenzahl hat, das liefere ich euch dann im Review nach. Und ein In-Display-Fingerabdrucksensor ist ebenfalls mit an Bord. Kommen wir zur Seite. Der Rahmen besteht aus Aluminium, ist matt gehalten, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Linke Seite ist blank gehalten. Auf der Unterseite finden wir den Einschub für bis zu zwei Nano-SIM-Karten. Der Speicher kann meines Wissens aber nicht erweitert werden. Also da müsst ihr euch halt gut entscheiden, ob 128 oder 256 GB. Daneben ein Mikrofon, der USB-C 2.0-Port. Das ist so fast das Einzige, was man auf dem Speck-Sheet kritisieren kann. Aber hey, das macht Xiaomi bei einem gut doppelt so teuren Smartphone ja genauso. Daneben ein weiteres Mikrofon, sowie der erste von zwei Lautsprechern. Wir haben wie gesagt Stereo-Lautsprecher. Rechts, sorry, das war das Pixel 5, aber ist nichts passiert. Rechts dann der Power-Button, der farblich hervorgehoben ist. Darüber die lauter, leiser Wippe. Wirkt alles echt gut verarbeitet und kommt man auch gut ran. Und auf der Oberseite ein weiteres Mikrofon, sowie der 3,5 mm Klinkenanschluss. Über den dürften sich einige freuen. Ich habe es ja glaube ich im Intro schon erwähnt, es ist auch IP68 zertifiziert. Also da kann man für die UVP, wie ich finde, echt nicht meckern. Und ja, Stereo-Lautsprecher sind auch mit dabei. Damit sind wir bei der Rückseite angelangt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Kunststoff oder ob es Glas ist. So könnte beides sein. Haben Sie bei dem Vorab-Briefing nicht erwähnt. Muss ich nochmal nachfragen. Aber es fühlt sich auf jeden Fall wertig an. Also selbst wenn das Kunststoff ist, muss man sich da keine Sorgen machen. Der ist matt gehalten. Da das hier schwarz-grau ist, sieht man natürlich trotzdem Fingerabdrücke. Aber ich glaube, wenn ihr euch da die silberne Version holt, das ist nämlich der zweite Colorway, müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Also generell von der Haptik her gefällt mir dieses Smartphone hier sehr gut. Würde ich tatsächlich auch dem Pixel, das hier rechts neben mir liegt, vorziehen. Ja, auf der Rückseite. Und das könnte vielleicht den einen oder anderen leicht verwirren. Denn wir haben hier tatsächlich nur eine Dual-Kamera, allerdings 64 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Weitwinkelkamera, halt keine Telesumlinse. Generell glaube ich, von der Kamera wird viel abhängen. Auf dem Papier ist das jetzt nicht der beste Sensor, ist das nicht der Übersensor. Aber immerhin ist ein optischer Bildstabilisator mit dabei. Und ich bin der Meinung, lieber eine vernünftige Haupt- und eine vernünftige Weitwinkelkamera als eine durchschnittliche Hauptkamera, durchschnittliche Weitwinkelkamera. Und dann halt noch so einen zweifachen optischen Zoom oder so eine Makro-Kamera, die im Endeffekt auch nichts bringt. Insofern will ich das jetzt noch nicht vorverurteilen, muss ich ausprobieren. Aber ja, wenn die Kamera auch noch einigermaßen überzeugen kann, könnte das glaube ich durchaus was werden. Akku, 4000 mAh, das ist jetzt nicht super viel, aber für so ein kleines Display absolut ausreichend. Wie gesagt, 30 Watt Fast Charging und kein Wireless Charging. Zumindest haben sie das auch im Vorabbriefing nicht erwähnt. Und das wäre sicher irgendwo im Specsheet gestanden, wenn es mit dabei wäre. Ich schalte das Smartphone ein. Ich hoffe, dass es etwas geladen ist. So ist es. Wenn es hochfällt, gebe ich euch noch die restlichen technischen Daten durch. Plattform ist natürlich Android 11. Ich denke mal nach wie vor mit Asus ZenUI. Also so hieß die zumindest damals, als ich zuletzt ein normales Asus-Smartphone getestet habe. Auch dazu dann im Review mehr. Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 888, das aktuelle Spitzenmodell. Octa-Core mit maximal 2,84 GHz. Und dazu gibt es dann 8 GB Gramm oder 16 GB Gramm. Es gibt wohl auch noch ein Modell mit 6 GB Gramm. Ich glaube aber nicht, dass das zu uns nach Deutschland kommt. Aber nagelt mich da noch nicht fest. Wie gesagt, ich habe die Infos auch nur vorab bekommen und die waren nicht ganz vollständig. Erster Eindruck. Ich glaube, ihr habt es schon rausgehört. Ich mag den Formfaktor sehr, sehr gerne. Schönes, hochwertiges Smartphone. Etwas dicker, aber trotzdem echt schön griffig. Und ich finde, das Specsheet kann auf jeden Fall überzeugen. Da muss man ja jetzt mal abwarten, wie es sich im Alltag schlägt, wie die Akkulaufzeit ist, wie die Performance ist, der Prozessor. Ihr wisst es ja mit der Wärmeentwicklung. Das ist nicht so unproblematisch. Und vor allem, was die Kamera kann. Aber ich bin hier irgendwie echt zuversichtlich, vor allem für den Preis. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr vom Zenfone 8 haltet. Was ihr dazu sehen wollt. Wollt ihr ein Review sehen? Wollt ihr irgendeinen Vergleich sehen? Was würde euch interessieren? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.